Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog, heute wieder aus meinem Trainingskeller. Nach dem Intro geht es direkt in die Musik und in die Übung. Ab geht's! 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 und zugucken nur. Zugucken könnt ihr, freu ich mich sogar sehr, aber jetzt auch mal selbst was machen. Also, cheerio mit Sophie, bis zum nächsten Sportvlog. Bis zum nächsten Mal.